Ich weiß, wer den schlechtesten erzählt hat. Das ist Schlotterbeck. Ich hab ihn ein, zwei Mal gesehen und er wirklich war so. Wirklich, da hat gar nichts funktioniert. Ich hab den nur aufgeschrieben, weil ich wusste, du schreibst ihn auf. Zieh mich da nicht mit rein. Dann dürftest du es drehen? Ja. Ich hätte gesagt, ehrlich, ich kann sehr, sehr viel. Was denn? Ich kann golfen, ich kann Tennis spielen, ich kann Fußball spielen. Ich hab die Wintersportarten von früher noch. Ich hab auch schon sehr viel. Ich hab auch zwischen dir und Mats, da sagte ich auch so, du bist dein Alter schon. Ja, aber Mats spielt kein Golf, das weiß ich. Und ich glaub, den Rest krieg ich auch in so Paddle-Tennis und sowas. Das nimmt sich nicht mehr viel, weißt du? Du scheiße, ich. Hat Sully auch gemacht. Ja. Sully dachte eher, aber er herrscht die meisten Sportarten. Hat er echt? Weil er so Ringen und Jiu-Jitsu macht. Und was hat der Marius gespielt? Der ringt, der ringt, das ist alles. Ich mach Ringen und Fußball. Ja, die waren sich aber auch nicht einig. Der ringt, das war's. Ringen und Fußball. Das sind zwei. Er denkt, die anderen können nur Fußball. Ja. Großzügig. Großzügig. Warte mal. Keiner. Das sind alles Egoisten hier. Ich schreib jetzt einfach mal. Hast du was? Ja. Diese Saison irgendwas passiert, wo ich mich dran erinnern müsste. Nix Spezielles. Nix Spezielles. Also vom. Sachlichen sag ich mal nix. Aber so vom. Vom. Ich hab da ehrlich gesagt nix. Felix? Ich hab Marco. Du bist auf Felix gekommen? Ich dachte. Ja so? Dachte ich einfach. In meinem. Ich dachte Marco, weißt du, mit unserem Team Abenteuer gemacht hat, mit dem Comedian und so. Ja gut, ja. Auch. So als Kapitän auch. Ich hätte eher gedacht, so bei Felix, dass der halt durch seine Rolle, sag ich mal, aber trotzdem. Ja. Mach schon, dass jetzt nicht so anmerkt und so, aber trotzdem mal Gas gibt und für gute Laune sorgt. Ich weiß, wer die schlechtesten passiert ist. Das ist Schlotterbeck. Wer so am lustigsten ist, oder? Kann man sagen. Wer am witzigsten ist. Wer am witzigsten ist. Aber für mich, das kommt ein bisschen drauf an, aber für mich eigentlich, äh. Der erzählt nicht. Ich glaub, ich schreib was anderes auf. Wir denken komplett anders. Ja. Wir schätzen den Menschen nur als anders ein. Einfach, wo einfach witzig ist, so natürlich. Wo man drüber lachen kann. Oder wirklich Witze. Nein, nicht so einfach witzig, weil so, bei uns hat jetzt noch gar keiner einen Witz erzählt, oder? Wann hat letztes Mal jemand einen Witz erzählt, wo du gelacht hast? Das stimmt. So einfach nur, dass er witzig ist. Du sitzt aber an einem anderen Tisch als ich. Ich glaub, ich hab wen anderes wie du. Dann sagt man ja. Mo. Ja, ich auch Mo, ja. Nummer eins. Ja, Mo ist Nummer eins. Aber der macht's nicht mit Absicht. Einfach so seine Art, ne? Okay. Was dachtest du, wen hab ich? Ich weiß nicht. Ich dachte vielleicht, wen anders. Aber Mo ist schon. Top. Oh, ich weiß. Was ist der Autofahrer? Den kannst du nicht mitgekriegt. Den wirklich schlecht ist. Aber den wir bei uns haben jetzt? Ja. Inwiefern meinst du? Also so vom Punkte her? Oder wir, also nicht schnell fahren, sondern einfach kann nicht. Einmal schlecht. Einmal schlecht. Einmal wirklich schlecht, aber ist normal. Weil er jung ist, wahrscheinlich. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich hätte jetzt auch gedacht, alle hängern Juni. Boah, ich mach jetzt einfach mal. Warte. Ne, den weiß ich nicht. Jamie hätte ich gesagt. Okay. Hat er schon mal gefahren? Ist er so Gio, dachte ich. Ne. Wirst du bei Jamie mitgefahren? Ich, also ich bin mir ziemlich sicher, es war er. Und da steht das Auto halt hier erstmal so im Parkplatz. Ich hab aber auch zuerst an Jamie gedacht. Ja? Weil ich dachte, den meint ich zu. Aber ich dachte so. Ich wusste nicht, ob der schon fährt. Ich dachte, der fährt. Ich müsste hier nochmal aufklären. Aber ich dachte, der fährt. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich dachte, ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen. Aber wirklich, da hat gar nichts funktioniert. Von der Mannschaft. Irgendeiner, der ein bisschen ungestüm reingeht wahrscheinlich, ne? Ja, im Kreis. So oft schwimmen wir ja nicht mit, oder? Ab und zu. Im Kreis. Kassieren immer wir, Tonno. Wer hast du denn da? Tom? Ich bin nie mit dem im Kreis. Wir trainieren immer unterschiedlich. Aber ich glaube, Sully. Sully, der ist so ein ... Weißt du? Der geht immer rein. Der will immer in Zweikampf gehen. Und dann wirst du ab und zu auch erwischt. Weißt du? Der gibt immer voll Einsatz. Aber ab und zu halt die Beine ein bisschen zu weit auf. Was sagst du? Ich hätte gesagt Jude. Niko. Niko? Oh, ich hätte gesagt Jude. Oh, ja beide so, ne? Ja. Aber ich glaube Jude. Aber Niko auch. Ja, Jude mit Tage schneiden. Und Niko immer mit so. Es gibt kein schlechtes Foto von Jude. Der hat immer ... Der performt immer. Niko. Ja. Niko. Niko ganz klar. Das ist einfach. Niko ist ... Niko ist immer am hausesten. Auch am nervigsten. Das geht schön, ne? Niko. 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 Ja, aber ... Ich weiß was kommt. Aber stimmt eigentlich nicht. Doch, eigentlich schon, weißt du warum? Wenn wir um halb essen haben, haben 20 ... entraben. Niko. ich finde nein ich finde nein aber auch aufgeschrieben ja niklas ja aber ich glaube bei ihm ist das so weil der geht dann einfach an also jetzt einfach hin und ich mal was also ich glaube nicht die kann damit umgehen sagt er selber ja deswegen also der er kann einfach nicht warten so andere können ja nicht warten wenn die in der schlange stehen oder so und er kann jetzt nicht wenn er da ist dann ist das schon mal was